Hallo Leute und herzlich willkommen bei meinem kleinen Infovideo zur Dark Souls 2 Closed Beta. Die Anmeldungen sind angelaufen. Ich habe irgendwas im Hals. Ich bin so aus dem Häuschen. Seit gestern, dem 5. September 2013, ist es möglich, sich für die Closed Beta für Dark Souls 2 zu registrieren. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Ist ganz einfach, ihr braucht nur einen EU-Account, geht in den Playstation Store und dann vergeht wahrscheinlich einige Zeit, da die Ladezeiten von dem Store so ewig lang sind. Wir wissen ja bisher, dass Dark Souls 2 in der Entwicklung steht und es ist wieder ein Spiel von From Software. Und wenn alles regulär abläuft, startet das Spiel auf der Playstation 3, dem PC und Xbox 360 im März 2014. So, ich bin im Playstation Store und ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Das ist das erste, was ihr sehen werdet, riesige Diablo 3 Werbung. Auf jeden Fall müsst ihr hier einfach durch, bis ihr den Punkt aktuelle Spieleübersicht habt. Da geht ihr drauf und dann seht ihr alles, was Neues in der Zeit wie Diablo 3, Castle of Illusion, Curse of Messenery. Und ihr braucht eigentlich gar nichts tun, als einfach hier runter zu gehen auf die Dark Souls 2 geschlossene Beta-Registrierung. Klick, da klickt ihr einfach drauf mit X und ihr bekommt noch eine ganz kurze Infobox und ihr müsst das nur herunterladen. Allerdings, seid bitte nicht verwirrt, es wird nämlich nichts heruntergeladen. Also ich kann es euch zeigen, wenn ich drauf drücke, kommen nur diese Striche, die leuchten auf und das war's. Wenn ihr das gemacht habt, seid ihr für die Beta von Dark Souls 2 automatisch registriert. Es wird nichts heruntergeladen, ihr seht auch nichts in der Download-Übersicht. Es ist einfach nur, dass ihr dieses Beta-Registrierungsticket mit eurem EU-Account quasi verknüpft. Die ersten Beta-Einladungen gehen am 12. Oktober über die Bühne. Und zwar für die Regionen USA, Europa und Australien. Solltet ihr dort kein Glück haben, dass ihr eine Einladung bekommt, habt ihr noch eine zweite Chance am 27. Oktober. Also, es gibt zwei Beta-Wellen. Wie viele Leute da ausgelost werden, das kann ich euch nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das weiß es keiner, wenn ihr die offizielle Playstation-Seite noch PSU.com. Es gibt nur diese vage Erinnerung. Also, 12. Oktober, 27. Oktober, das sind die zwei Beta-Wellen. Mehr müsst ihr nicht machen. Das ist alles. Dann steht eh da, eh da, Wörter vergessen. Sprache ist toll, wenn man es richtig hernimmt. Äh, unten rechts steht dann, äh, schon wieder. Unten rechts steht dann dort gekauft. Wenn das da steht, habt ihr alles richtig gemacht. Ihr seid registriert für die Beta. BAM! Aber mehr ist es nicht. Dann kann ich euch nur viel Glück wünschen. Vielleicht kommt der ein oder andere rein. Vielleicht erwischt es sogar mich. Wenn es mich erwischen sollte, werdet ihr die Beta, die Close Beta hier auf meinem Kanal sehen. Sofern es keine NDR gibt. Ab und zu gibt es bei Close Beta ja das NDR, wo du nichts herzeigen darfst. Keine Screenshots, keine Videos und so weiter. Das liegt auch bei From Software. Ich denke mal nicht, dass die da so verklemmt sind. Ja, das war's schon. Kurzes Video. Wenn ihr PS3 habt, eine Xbox 360. Wobei, bei Xbox Live weiß ich nicht, ob das so geht. Es kann auch sein, dass es diese Close Beta PS3 exclusive ist. Ich bin mir nicht sicher. Es schießt mich nicht. Gut, das war's schon von mir. Ich bin euer Zarco. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und nicht vergessen, heute kommt noch mal Diemer Salz. Ich sage immer, stay tuned and so long.